Die Profis von Leicester City werden am Samstag unmittelbar nach dem Premier-League-Spiel bei Cardiff City nach Bangkok fliegen, um an der Trauerzeremonie für den verstorbenen Klub Vosvich Aizriwadana Paba teilzunehmen. Der Leichnam des am vergangenen Wochenende bei einem Hubschrauber-Absturz tödlich verunglückten Thailänders ist nach Sky-Informationen am Freitag in der Hauptstadt angekommen. Für Torjäger Jamie Vardy ist die kurzfristige Reise nach Asien eine Selbstverständlichkeit, unser Boss war wie ein Familienmitglied für uns, deshalb müssen wir unbedingt dabei sein. Punkt. Auch wenn es die vielleicht härteste Woche unseres Lebens ist. Punkt. Auch wenn es die vielleicht härteste Woche unseres Lebens ist.